Was ist das bitte für eine Formel-1-Saison? Was ist das wieder für ein Qualifying gewesen? Ich bin nassgeschwitzt, ich kann mich eigentlich gleich umziehen, es ist einfach nur brutal. Max Verstappen holt sich die letzte Pole und wahrscheinlich die wichtigste Pole seiner Karriere für den großen Preis von Abu Dhabi. Es ist unglaublich. Wo hat der die Nerven her? Nach all den Dingen, die passiert sind, nach all der Kritik, die er bekommen hat, nach all den Dingen, die schiefgelaufen sind. Und das Training lief ja auch nicht optimal. Und Hamilton hat ja noch im Qualifying davor eine Messlatte gelegt, wo Verstappen nicht rankam und dann auch einen Fehler gemacht hat und leider morgen mit Rot starten muss, kann aber auch ein Riesenvorteil sein. Dazu komme ich gleich. Und dann mit Rot die Zeit setzen musste, wo man sich dachte, dass Hamilton im Moment das bessere Ende hätte. Aber was haut er da für eine Runde raus? Wo hat er diese Geschwindigkeit nochmal rausbekommen? Und was muss das für ein Ballast sein, der von seinem Körper runterfällt? Es ist unglaublich. So, Punkt 2. Bottas nur auf 6. Heißt, Bottas kann Hamilton auf gar keinen Fall unterstützen bzw. helfen. Der muss eher aufpassen, dass er nicht noch von 2, 3 weiteren überholt wird. Und ihr kennt das, der Hamilton kann leicht durchs Feld pflügen, aber der Bottas hat da immer so seine Schwierigkeiten. Sprich, Norris ist noch auf 3, Perez ist auf 4. Jetzt überlegt mal, die beiden starten auch mit Soft, Verstappen zwar auch und das ist auf die Länge gesehen natürlich nicht so gut. Hat aber beim Start natürlich den Vorteil. Und sollte dann das Startrail gegen Hamilton gewinnen, das hoffe ich zumindest. So, Norris ist dahinter. Dahinter ist Perez. Also direkt hinter Hamilton. So, Worst Case Szenario für Mercedes wäre natürlich, der Norris kommt besser weg, Perez kommt besser weg, Sandwich. Beide, alle versuchen die Kurve zu kriegen, Hamilton raus. Das ist natürlich das Szenario. Klingt vielleicht erstmal bescheuert, kann aber passieren. Und dadurch, dass Norris, Norris ist ja jetzt auch kein schlechter Starter, das gleiche gilt für Perez. Wenn die beiden einen deutlich besseren Starten kriegen und Hamilton natürlich entweder rausgehauen wird oder beide ihn kassieren, dann wird es richtig schwer für Hamilton. Dann kann Verstappen nämlich so ein bisschen schön wegfahren. Und ganz ehrlich Leute, es kann so viel passieren, es kann ein Safety kommen, es kann eine rote Flagge kommen wie in Saudi-Arabien. Die Strategie kann sich innerhalb von 5 Runden wieder nach rechts oder nach links ändern. Und deswegen glaube ich nicht mal, dass Max Verstappen so einen großen Nachteil hat. Auf Distanz gesehen? Sicherlich. Aber man weiß ja nicht, was bis dahin passiert. Hamilton soll erstmal gucken, dass er den Start morgen richtig hinkriegt. Und ich bin mir auch sicher, er wird alle miesen Tricks, die er in petto hat, wie er es bei Rosberg damals gemacht hat, er wird jeden miesen Trick ausnutzen. Er wird wieder langsam machen, sodass Verstappens Reifen abkühlen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, Max hat daraus gelernt, aus Saudi-Arabien und aus meiner Sicht müsste sowas auch bestraft werden, wenn man sieht, dass es mit purer Absicht ist. Und ja, ich denke einfach im Moment, ich sage, im Moment sprechen alle Karten für Max Verstappen. Ich hoffe so sehr, dass er die Serie bricht, dass Hamilton nicht seinen achten Titel hat und dass endlich mal jemand anders wieder Formel 1 Weltmeister wird. Weil ich glaube, wenn wir ehrlich sind, beide haben Scheiße gebaut dieses Jahr, aber Max Verstappen hat es einfach mehr verdient. Ich glaube, es ist einfach mehr so, dass die Serie verspärt. Vielen Dank.